Er ist aber auch keine in die züchte Position Das spricht hier im Leichtempo zum Hubschrauber Das sind pro Turm immer zwei Personen oder was? Zwei Waffen Aber eine Person nur oder was? Ja ich bin jetzt 70 Meter vorm Hubschrauber, also ziemlich nah Der Hubschrauber kommt über uns Hier ist ein Gürtelzieher oder was? Hier ist einfach ein Gürtelzieher vor mir Ah, Simultanschuss! Du kannst mehrere Markierungen setzen, wenn du dann einen Schuss machst, sterben die wahrscheinlich beide Oder muss ich einen zweiten töten? Nein, du forderst jetzt mich an, den zweiten zu töten und ich bestätige den jetzt Ah so Und wenn du mit deinem Team unterwegs bist, macht es halt dein Team Was? Soll ich den rechts oben rausnehmen? Am Turm Ja, jetzt Ja, mach mal So zwei runter Drei, zwei, eins, go Du kannst quasi so mir auch ein Ziel geben, wenn du eins machst, ist dein Ziel, zwei ist mein Ziel Das ist man dann im gleichen Moment tötet Oh oh Schießt du schon? Ja 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 Das muss man aufpassen Da ist einfach nur noch hinter dem Hubschrauber, hast du den? Ich würde ja sagen, dann schnappen wir uns den Hubschrauber schnell, oder? Ja. Da ist noch irgendwo eine rechts. Komm schon, kann ich einsteigen? Ja. Was ist das 1,3 Kilometer da? Da müssen wir hin jetzt. Haha, Sneaky-Peaky-Aktion, oder was? Ich glaube, das gibt jetzt richtig Punkte, Mann. Das war ja gut, dass wir die zwei im Turm ausgeschaltet haben. Nice. Aber was heißt, wir bricht die 5 Punkte, die 2.500 Punkte halt. Hahaha. So. Ich bin bei den Hubschrauber, oder? Ja, ich denke, ich bin jetzt erst mal raus. Da haben wir noch was Ultraschnelles. Ja, warte mal, ich habe hier einen Haufen Fertigkeiten verfügbar. 16 Fertigkeiten habe ich verfügbar. Ich habe 0. Was ist da los? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020